Hallo Leute, vor euch habe ich heute eine kleine Batterie, das ist die Diamond, da steht Professional Style drauf, aber es ist die Blue Diamonds, ja genau, die Blue Diamonds sind bekannte eigentlich, die sind schon gelungen, von Diamond, die eigentlich auch ein paar nette Batterien machen, war ganz gut schon, und die finde ich für den Preis echt top, ich weiß nicht, 3 Euro oder so, ja, hört es euch selber an, macht euch ein Bild, viel Spaß in dem nächsten, was jetzt folgend dem folgenden Video, Blue Diamonds von Diamond. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.